Wer kann die Inflationsausgleichsprämie steuerfrei eigentlich erhalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Gesetzgeber hat ja festgelegt, dass Arbeitgeber ab dem 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 ihren Arbeitnehmern eine sogenannte Inflationsausgleichsprämie, kurz IAP, bis zur Höhe von 3.000 Euro steuer- und sozialabgabenfrei zahlen können. Jetzt stellt sich natürlich die ganz interessante Frage, wer kann denn eigentlich diese Leistung erhalten? Bitte nicht verwechseln damit, wer einen Rechtsanspruch auf diese Leistung hat. § 3, Ziffer 11c, Einkommenssteuergesetz, sagt nur, dass die Leistung praktisch eine bestimmte Art der Personen erhalten kann, aber es besteht im Grundsatz kein Rechtsanspruch auf diese bis zu 3.000 Euro IAP. Also grundsätzlich können diese Leistungen durch den Arbeitgeber erhalten Arbeitnehmer in vollen Teilzeit, kurzfristig Beschäftigte, Minijobber, Aushilfskräfte in Land- und Forstwirtschaft, Auszubildende, auch ganz wichtig, Arbeitnehmer in entgeltlichem Praktikum, nicht nur, aber auch Studierende können das kriegen, Arbeitnehmer in Kurzarbeit, Arbeitnehmer in Elternzeit, Arbeitnehmer mit Bezug von Krankengeld, Freiwillige im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgesetzes und Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes, Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen tätig sind, ehrenamtliche Tätige, sofern der steuerliche Arbeitnehmerbegriff erfüllt ist, Vorstände und Gesellschafter, Geschäftsführer, sofern der steuerliche Arbeitnehmerbegriff erfüllt ist, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der aktiven und passiven Phase der Altersteilzeit, Beziehende von Vorruhestandsgeld und auch Versorgungsbeziehende, das heißt also pensionierte Beamte können auch diese IAP erhalten. Also Sie sehen, der Kreis der Personen ist doch sehr, sehr groß, die die Inflationsausgleichsprämie tatsächlich nach dem § 3 Ziffer 11c Einkommenssteuergesetz erhalten können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.